Musik Pussy Riot Proteste und ausländische Agenten stehen wir vor einem heißen Herbst in Russland. Du hast das Wort. So, genau, dieses Statement wollte ich einfach mal abgeben, weil ich dazu bis jetzt noch nie die Chance gehabt habe. Dieses meine ich. Und jetzt hat ja eigentlich Florian bei der Einführung gesagt, es habe sich jede und jeder ein Thema ausgewählt für diesen Abend. Und bei mir stehen schon im Titel drei. Und ich glaube, dass ich es möglicherweise nicht schaffen werde, über die alle in diesen 20 Minuten zu reden. Beziehungsweise könnte ich einfach irgendwo anfangen und irgendwo aufhören. Denn mir stellt sich die Sache derzeit so dar, wie ein Bild, an dem man ganz nahe dran steht. Diesen Vergleich hatten wir während dieser Klausur schon mal. Und ich kann also keine abschließende, eingrenzende oder irgendwie, vielleicht ein bisschen nützliche, schon, aber keine abschließende Analyse oder sowas abgeben. Und da ich selber nicht weiß, wie die Interessenlage so ist, was am meisten interessiert und worüber Sie und Ihr schon am besten Bescheid wisst, aus diesen drei Stichworten, würde ich doch einfach kurz darum bitten, ein Signal zu geben, wer sich wofür am meisten interessiert. Und dann würde ich einfach dort anfangen. Ausländische Agenten, was hat es damit auf sich? Es wurden in den letzten Tagen vor der Sommerpause in der Duma verschiedene Gesetze angenommen. In einem Schnelldurchlauf, in einem eigentlich quasi ungesehenen Schnelldurchlauf für die letzten Jahre. Und eins davon besagt, dass ausländische Organisationen, die a. sich politisch betätigen, und b. Gelder aus dem Ausland erhalten, sich ausländische Agenten zu nennen haben. Und zwar bedeutet das, dass jede Publikationen, Internetauftritte, also alles Material, was deren Output quasi ist, mit so einem, nicht mit Funded and Paid by Rosa Luxemburg Stiftung, sondern wir, also wir sind eine Organisation, die die Funktion eines ausländischen Agenten ausfüllt. Und nicht nur das, sondern müssten dann ebenso diese Organisationen über sich ergehen lassen, viel öfter stattfindende Finanzprüfungen, was auch wieder Geld kostet, und sich, um dem allen gerecht zu werden, im Justizministerium aus dem einen Register in ein anderes Register ummelden. Nun weiß man, dass das Justizministerium sowieso schon total überfordert ist. Die Registrierung meiner Person als neue Leiterin des Büros in Moskau dauerte schon so irgendwie drei Monate. Nebst dem normalen Anfall an Dokumenten, die da unterschrieben werden müssen, ist derzeit auch noch ein neues Parteiengesetz in Kraft, das besagt, dass es ausreicht, 500 Mitglieder für eine Partei zu haben, um sie anmelden zu können. Das heißt, es sprießen Parteien aus dem Boden wie Pilze. Bis Anfang September waren das 28 mit wunderschönen Namen wie Junges Russland, Neues Russland, Kluges Russland. Viele Parteien mit dem Namen Gerechtigkeit irgendwo in der Parteibezeichnung. Zum Beispiel die Kommunistische Partei für Soziale Gerechtigkeit, mit dem Kürzel KPSS. Des Weiteren verschiedene grüne Parteien, Volksparteien, nationalistische Parteien, patriotische Parteien und so weiter. Die alle natürlich nicht innerhalb der gleichen Zeitspanne registriert werden konnten, sondern wo es so je nach Partei und Gusto und wahrscheinlich Tagesformen verschieden lang dauerte, bis die dann tatsächliche Registrierungen erhalten konnten. Aber ich wollte von ausländischen Agenten sprechen. Es gibt in diesem Gesetz auch vor allem sehr viel Interpretationsspielraum. Das bedeutet, es gibt einen Absatz, der besagt, kulturelle Tätigkeit, also Kultur, Kunst, Wissenschaft, dann die Beschäftigung zum Erhalt von Pflanzen- und Tierwelt, Schutz sozialer Rechte von Menschen mit Behinderung. Also es werden so verschiedene Abgrenzungen gemacht, die aus diesem weiten Feld politischer Tätigkeiten dann wieder ausgenommen werden. Jetzt, wer stellt das fest und wie wird das definiert? Man weiß es noch nicht. Das Gesetz wird in Kraft treten zu Ende November und diese Nichtregierungsorganisationen, die fürchten, davon betroffen zu werden, haben verschiedene Strategien, von denen sie reden, um damit umzugehen. Zum Beispiel die Ausgründung kommerzieller Firmen unter deren Mantel dann diese weiteren nicht-kommerziellen Tätigkeiten laufen können. So etwas Ähnliches hat, glaube ich, das, wenn ich mich jetzt nicht irre, das Helsinki-Komitee angekündigt. Andererseits gibt es aber auch die Strategie Boykott und dann die Ersten, die es treffen wird, würden sich zuerst ans Verfassungsgericht wenden und wenn das dann nicht klappt, an den Europäischen Gerichtshof mit der Begründung, dieses Gesetz sei eigentlich rechtswidrig quasi. Und nun die Meldungen aus Regierungs- und Machtkreisen sind, der Dialog oder die Diskussion zu diesem Gesetz, das lief alles eigentlich schon vorher und jetzt ist die Zeitspanne abgeschlossen, innerhalb derer man darauf reagieren kann oder sich dazu äußern. Das ist natürlich ein Witz, weil das alles so wahnsinnig schnell durchgelaufen ist. Es wurden schon verschiedene Gremien wie Menschenrechtsrat und so weiter mit einberufen, um zu diesem Gesetzesinswurf damals noch eine Position abzugeben. Aber es ist natürlich schon eine Farce, das jetzt zu behaupten. Und man weiß nicht, was passieren wird. Also man weiß nicht, wie streng das tatsächlich angewandt werden wird, wer davon betroffen sein wird. Die Vermutung ist, es geht vor allem um so amerikanische NGOs, unter anderem wurde übrigens USAID oder USAID kürzlich aufgefordert, die Tätigkeit in Russland einzustellen. Wir wissen es nicht. Wir werden es dann erfahren, langsam, wenn dieses Gesetz tatsächlich in Kraft tritt und sehen, wie auch die Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten und die ja von uns Geld auf ihre Konten kriegen für Projekte, wie die damit umgehen werden. Derzeit herrscht eine gewisse Zurückhaltung, Unklarheit und Befürchtungen in diesem Spektrum auch. Wo waren dann, ich würde jetzt an diesem Punkt übergehen zum nächsten Gesetz, nämlich der Veränderung in der Strafgesetzgebung, der Tatbestand der Verleumdung wurde wieder in das Strafgesetzbuch zurückgeholt, was erst letzten Dezember noch unter Medvedev quasi rückgängig gemacht worden war. Das heißt, Verleumdung ist jetzt wieder ein Strafbestand, für den auch große Geldstrafen gesprochen werden können. Das wird gedeutet als eigentlich Zensurgesetz, mit einer gewissen Beliebigkeit anzuwenden. Dann das Letzte in diese, also es gab noch einen Haufen andere in die restriktive Sparte einzuordnende Gesetze, die beschlossen wurden, auf die ich jetzt wahrscheinlich beim Besser nicht eingehen werde, sondern ich habe ja da eigentlich so eine Bilder. Ich trinke bewusst keinen Wodka. Und wird jetzt hier einfach so ein wenig diesen Bildern folgen, nachdem das Thema, was offenbar am meisten interessiert hat, jetzt besprochen wurde. Genau, und da sind wir bei Pussy Riot. Diese Bilder, die hier kommen, stammen von der Demonstration am letzten Samstag, dem 15. September, in Moskau, auf dem Sakharov-Prospekt. Ich gehe mal weiter. Genau, also zur Erinnerung, das ist nicht die Aktion für die drei Mitglieder von Pussy Riot zu zwei Jahren Strafkolonie verurteilt wurden, sondern das ist eine andere Aktion auf dem Roten Platz. Könnte man ebenso als Störung der öffentlichen Ordnung und Rowdy-Tum, wofür sie dann letztendlich eingesperrt werden, verurteilt wurden, betrachten ist es aber nicht, sondern die Aktion war ja, wie wir alle uns erinnern, diejenige in der Kristallöser Kathedrale. Wie hast denn du deinen Sommer verbracht? Steht auf diesem Bild hier, das die drei Teilnehmerinnen zeigt. Genau, das ist so ein kleiner Einstieg in die Diskussion über Pussy Riot. Dieses Plakat, wie da oben steht, sagt die Aktion von Pussy Riot, beleidigt mein religiöses Empfinden. Die Diskussion fand ja statt, einerseits von Seiten der Kirche und der Macht, sage ich mal, diffus, um es so diffus zu halten, wie es sich darstellt. Und innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche gab es von Anfang an auch Strömungen, und zwar starke Strömungen, deren Aussage war, habt doch Mitleid mit diesen armen Sünderinnen. Etwas zugespitzt. Trotzdem, und obwohl sich auch Putin noch während dieser Urteilsfindung für die Freilassung der armen drei Mädchen, das ist so der Sprachgebrauch, ausgesprochen hat, wurden sie angeklagt in einem Akt, beziehungsweise verurteilt in einem Akt, der möglicherweise auch die Eigenständigkeit des Gerichtes betonen sollte und der Organe der Rechtsprechung. Oder, oder vielleicht nicht. Wie schon angesprochen, gingen die Argumente, die in großen Teilen der Gesellschaft auch für die drei Mädchen sprachen, nicht in die Richtung, es handelt sich dabei um eine wertvolle Protestaktion oder gar um eine ausdrucksstarke feministische oder Punk-Aussage, sondern die armen drei jungen Frauen, sie haben geehrt und zwei von ihnen haben auch kleine Kinder und das kann man denen ja nicht antun, dass man die so lange, zwei Jahre von ihren Kindern fernhält. Also es ist größtenteils in einem Mitleidsdiskurs abgerutscht, das Ganze. Und das soll wahrscheinlich eine Aussage zu der Kunsthaltigkeit der Aktion sein, nämlich Pussy Riot, eine Generation, die mit den Teletubbies aufgewachsen ist, ist nun erwachsen. Andere Stimmen stellen gewisse Zusammenhänge zu der russischen Avantgarde her und gewisse Ähnlichkeiten auch mit Maliewicz und Farbgebungen in dieser Zeit. Und dann das Abstruseste aus meiner Sicht ist die Inbezugssetzung zu einer Aktion der Kunstgruppe, der Artgruppe Wainer, zu der Nadješta Tolakonikova gehört, und diese Aktion wurde 2008 in einem Moskauer Supermarkt durchgeführt und wird ihnen jetzt ausgelegt als Migranten, Schwulen und Judenfeindlich. Weil bei dieser Aktion hier in diesem Supermarkt tatsächlich Menschen, die diese marginalisierten Gruppen repräsentieren, aufgehängt wurden. Also man sieht das an diesen Stricken hier. Und jetzt heißt es aber, nach den Protestnoten von internationalen Stars wie Madonna, Paul McCartney, Peter Gabriel und so weiter, das sei eine Aktion, die tatsächlich sich gegen schwule Migranten und Juden richtet. Und wenn die das wüssten, dann würden sie jetzt auch nicht mehr diese Unterstützung so aussprechen. Also, und was ja hier natürlich geschah, ist genau das Gegenteil, was dargestellt werden sollte. Oder, Gut, dann überspringe ich das jetzt mal. Und das auch. Und das auch. Genau, also das war jetzt letzten Samstag. Hier kurz ein paar Impressionen dazu, was da alles für Gruppen dabei sind in dieser Opposition. Genau, das war nämlich die, was war das letzte Samstag? Das war diese ungeduldig erwartete erste Protestaktion nach der Sommerpause. Ich zeige jetzt einfach noch ganz kurz sowas wie die Buntheit dieser Opposition. Also das ist die existenzielle, das existenzielle oder das existenzialistische Russland nach dem klugen und dem neuen und den Jungen. Hier, das ist eine kleine Gewerkschaft, eine Lehrer-Gewerkschaft, Lehrerinnen-Gewerkschaft. Das sind Anarchisten, Anarchosyndikalisten. Hier haben wir die Vereinigung der Werktätigen Moskaus, die inmitten dieser Kundgebung eine kleine eigene Kundgebung organisiert hatten. Und da auch, also ganz abgesehen davon, was eigentlich lief auf der Hauptbühne, ihre eigenen Reden schwangen, aber trotzdem innerhalb dieses Systems, wenn zum Beispiel die KPRF, die Kommunistische Partei Russlands, eine am Anfang stand und Flyer verteilte für eine eigene Veranstaltung am 22. September. Hier eine kleine Zusammenstellung von Flyers, die man sich da abholen konnte. Am besten gefällt mir dieser hier. Man kann sich denken, von wem der ist. Genau, das ist Jinali Gutkoff, dem das Duma-Mandat letzte Woche entzogen wurde, aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Kann man mich auf der Bank fragen. Und etwas, was ich doch noch mal erwähnen möchte, ist die nicht übersehbare Präsenz von auch nationalistischen Kräften in dieser Oppositionsbewegung. Man sieht hier, das sind die Fahnen der Nationalisten vor diesen Free-Pussy-Ride-Ballons. Hier, das ist, wie heißt Alexander Bielow, der sehr wirkungsvoll mit einem Kind auf dem Arm eine sehr populistische Redeschwange, an dessen, an deren Ende stand Rodina Lismert, Heimatland oder Tod, was sehr nahe an der Losung der sogenannten Korugwe-Noszen ist. Eine orthodox-nationalistische Bewegung, die so aussieht. und deren Losung ist Orthodoxie oder Tod, was dann wieder nahe dran ist an der Losung der Chetniks Freiheit oder Tod. Genau, und die machen solche Aktionen, nämlich zum Beispiel das Fehlen von Bildern von Schwulen oder das Zerreißen von Bildern von Madonna. Zu Garry Kasparov sage ich jetzt nichts und den genau, vielleicht noch, ich lasse mal ganz kurz noch diese Bilder durch und schweige dazu und alles weitere auf der Bank. Ne, dazu sage ich doch noch was. Das war eine Band dieser Polizeieinheit, mobile Einheit, besonders also Hormonen, die sind ja im Innenministerium unterordnet im Gegensatz zu anderen Polizeieinheiten und die traten also da auf auf dieser Demo und sangen ein Lied Amon für das russische Volk, wir sind bei euch. Ups. Genau, hier sieht man das. Das ist ein Vertreter der Occupy-Bewegung, der etwas doch formuliert hat, was vor ihm niemand formuliert hat, nämlich wir, also aktiven friedlichen Widerstand zu leisten, bedeutet etwas zu verändern. Und hier komme ich eigentlich zum Hauptanführer des zeitgenössisch links, sage ich mal, gerichteten Oppositionsflügels, Reu Solzow, den man hier nochmal besser sieht und für den es jetzt auch nicht mehr reicht. Jedenfalls hat diese Protestaktion oder Demo letzten Samstag dazu geführt, dass sogar die sehr oppositionsfreundliche Zeitung Norwege Serta schreibt Goodbye Occupy und das lasse ich so stehen. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020